Hallo meine Freundin Nabus und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Empire at War. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute nämlich den Dario, außerdem Spike, ich grüße die Silas, Entschuldigung, und ich grüße auch noch den Moritz. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Start, ja. Das machen wir jetzt, das ist jetzt die Parts der Raumschlachten gerade ein bisschen. Dann kommen wir endlich mal zu unserer nächsten Mission hier auf Geonosis. Zeit wird's. Zeit wird's, Zeit wird's. Ich bin bereit. Wir warten hier. Was? Lass mich nicht in der... ...Zeigen an, dass eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Vernichtet alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Wir fliegen erstmal hier hin. Zurück, 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 zurück. Wir schießen nämlich erstmal alles ab, was wir uns entgegenhalten von den Kleinen, dann nerven uns die Kleinen nämlich nicht mehr, wenn wir die... Dann nerven uns die Kleinen nämlich nicht mehr, wenn wir die Station angreifen. Das ist ein Tier, irgendwie glaube ich auch. Jedenfalls wollen sie sich nicht so ganz hier ablenken lassen. So, kann man... kann man ja nochmal eins ist tot. Schießt noch nicht... noch nicht auf die Station schießen. Ruhige noch ein bisschen zurückziehen. Hier noch ein bisschen... ruhig hier noch ein bisschen rumfliegen. Na? Kommt der her? Die kommen wieder. Die kommen auf jeden Fall wieder. Ja. Geht ihr? Da sind sie auch schon wieder. Aber die wissen natürlich auch, dass sie ohne ihre Station machtlos sind gegen uns. Aber trotzdem, viel Verluste dürfen wir da nicht machen. Die koreanischen Korbetten sind halt auch echt relativ machtlos gegen uns. Das sollte jetzt reichen eigentlich, oder? Das ist der zweite Commander, den würde ich gerne noch killen. Weil der ihnen irgendwie da ist, der zweite Commander. Hat ihn bestimmt noch irgendwie die widerlichen Boni gegeben oder so. So, jetzt noch die hier schnell weghauen. Wie gesagt, normalerweise spielt die Schlachten hier auch schnell, aber bevor ich hier noch 10 schlachten, die ich hier auch mache. So, auf den Hangar. Alles auf den Hangar drauf. Die Hangar nerven ich jetzt schon. Auf den Hangar, alles auf den Hangar. Wie schaut's mal heute an aus für uns? Verdammt. Wir müssen uns mal hier ein bisschen Verstärkung holen. So. Der Hangar ist kaputt. Sehr gut. Machen wir den auch schnell kaputt hier und dann gehen wir auf den Schildgenerator. Den Schiffen beginnen wir einfach mal da unten. So, und jetzt mal die Schildgenerator drauf. Die holt natürlich die Y-Wings, der Sorge vielleicht noch weghauen. Können wir auch noch nicht schaden machen. Da noch mehr Y-Wings. Auch euch, wenn wir noch zerstören. Ja, noch reicht auf jeden Fall die Verstärkung. Ja, das sollte für Gier, das muss für Gier und uns ist einfach mitreichen hier. Den treffen wir irgendwie nicht. Okay, dann drauf. Auf den Schildgenerator. Maximale, maximale Feuerkraft. Der muss jetzt schnell weg hier. Ja, der geht mit Max. Ja, der wird jetzt drauf gehen, weil wir hier gerade das aktiviert haben. Vielleicht hätte ich bei dem nicht mit aktivieren sollen. Egal. So, was haben wir denn noch hier gemeines? Die Torpedowärfer, die Protonen-Torpedowärfer. Auch die machen wir ihn noch kaputt. Da kennen wir keinen Erbarmen. Oder was was die Erschütterungsraketen? Wir haben uns auch immer richtig viel Schaden gemacht. Ich glaube, die Laserbatterien war nicht so gemein. Oh, oh, den würde ich gerne noch behalten. Aber dann können wir den zumindest noch retten. Auf die Erschütterungsraketenwerfer, alles drauf. Ja, doch, der hat noch so viel Schild, das sollte reichen. Jetzt bleiben nur die Laserbatterien. Auf sie. So, jetzt nochmal auf die Lasergeschütze da unten. Und auch noch auf die Tubolaser. Na, 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 gleich haben wir's. Dann können wir endlich vorwärts gehen. So, die Station zerstört. Jetzt noch ihr Verstecken kaputt machen und dann haben wir's doch. So, die sind kaputt. Bleiben noch die hier. Ja, ihr könnt gerne versuchen, uns anzugreifen. Viel Erfolg, viel Erfolg. Gegnerische Truppengesichter. Na, da haben wir die Type Fighter doch hier. Ein paar Doc Fights und dann sollte das geregelt sein hier. Genauso. So, jetzt kümmern wir uns dort um den Rest, den sie noch haben an Truppen hier. Viel ist ja nicht mehr. Alle nach hier fliegen. Alle nach da vorne. Ein bisschen schneller machen hier. Das Gute ist, dass ich hier nicht fliegen können oder so. Echt nervig, dass die Kerle sich da gleich wieder in der Raumstation aufgebaut haben. So, das wäre gleich erledigt. Die Perspektive wollte ich nicht. Ich wollte euch hierhin. Und die letzten beiden noch zerstören. Die wäre sich sogar noch. Sie kämpfen noch bis zum letzten Mann, aber... Oder war das noch einer? Na, komm. Das brauchen wir nicht so lange vor uns herziehen. Schön. Geile Sache, geile Sache. Was? Nein, warum haben wir denn Wader schon wieder verloren? Ah. Ja, da muss ich jetzt ohne Wader gehen. Jetzt kommt gleich wieder ein Angriff von denen. Ich wette, es ist gleich wieder ein Angriff von denen, aber das ist mir jetzt egal. Ich speichere jetzt mal kurz. Auf die Gefahr hin. Das ist jetzt gleich. Falls wir uns angreifen sollten, gleich speichere ich gerade nochmal. Dann kann ich nämlich nichts. Zweifel, dass wir meine Armee noch nachholen. So. Ne, das ist mir zu blöd. Ah. Das verlieren wir wahrscheinlich. Das war klar. Was? Eriado? Aber wir haben sogar... Hä? Wir haben das... Tartankreuzer hier. Jawohl. Diesmal haben wir es gewonnen sogar. Tartankreuzer hier. Okay. Die werden gleich wieder versuchen, das anzugreifen. Das ist mir auch klar. Lopper. Wir brauchen jetzt alles, was wir hier noch haben. Anarmee. Alter, langsam nervt's. Wie oft wollen sie uns ja nicht noch angreifen? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Es wäre unklug, sich den Wünschen des Imperators zu widersetzen. Ich werde mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Das heißt, wir müssen noch kurz warten, bis Vader wieder da ist, da oben. Na wunderbar. Das bedeutet noch einige Angriffe auf den anderen Planeten da drüben. Aber wie gesagt, irgendwann geht's ihnen auch... Irgendwann geht ihnen auf jeden Fall die Munition aus, um uns fertig zu machen. Ich glaube, der Punkt könnte schon fast gekommen sein. Den dürfen wir nicht abziehen. Sonst bauen sie uns da direkt was vor die Nase. Aber die hier können wir alle schön abziehen. Und die da auch noch abziehen. Na komm. Dann los. Von allen Seiten. Er ist jetzt halt die Gefahr, dass ich dann... Irgendwann mal übel angegriffen werde. Weil wir 90.000 echt. Wann baue ich eigentlich nichts? Gerade Zeit und dann baue ich nichts. Soll ich eine Bodenarmee bauen, wobei unsere Bodenarmee ist eigentlich fett genug. Die Lufthoheit wäre gerade wichtiger. Dann bauen wir uns hier nochmal... Fahrzeug wird produziert. Einheit wird produziert. Dann sind wir hier schon wieder beim Einheitenmaximum. So, wie weit schaut's an? Wir machen mal ein bisschen schneller hier oben, weil sonst Raider mir da nicht schnell genug wiederbelebt wird. Und dann schauen wir uns endlich mal... Geonosis anzugreifen. Mensch. Schwere Geburt gewesen. So, gleich ist es soweit. Wobei eigentlich... Was mir gerade noch einfällt. Eigentlich greife ich... Ne, wir greifen da noch nicht Geonosis an. Entschuldigung. Besserer Plan. Besserer Plan. Oh Mann, wir nehmen die drei Planeten auf den Weg hier noch mit. Keuter Online. Weil jetzt haben sie sich eh anscheinend entschlossen, uns nicht mehr anzugreifen. Hier, jetzt haben sie hier eh aufgegeben. Das heißt, wir können da problemlos. Wenn Raider wieder da ist, gleich hier ein weiter und bis Erober. Womit kann ich euch dienen in meinen Gebüter? Wo ist denn Raider überhaupt draufgegangen? Ah, jetzt ist er wieder komplett woanders, oder? Raider? Da bist du Raider. So, dann gehst du einmal da rüber und gehst dann einmal dahin zu unserer Bodenarmee. Und jetzt machen wir es so, jetzt holen wir uns Biss. So, tut mir leid. In den letzten Minuten war nicht sehr clever von mir. Es waren viele unnötige Luftschlachten. Aber jetzt geht es wieder auf die Planeten. Jetzt geht es wieder weiter. So, wie sich das hier gehört. Ah, ja schon wieder ein Commander. Irgendwie haben sie es hier mit Commander. Drei nur. Wirklich. Drei nur. Wenn wir ihre Bodenstationen in der Gegend beseitigen, würde uns das bei der Vertreibung der Rebellen sehr helfen. Kümmert euch darum. Aber wir haben hier noch Unterstützung bekommen, gleich. Das ist gut. Die können wir gut gebrauchen hier die Unterstützung. Wir sind dankbar über jede Verunterstützung. Also nicht alle auf der Seite der Rebellen. Ich muss natürlich aufpassen, dass es mir weiter nicht gleich wieder drauf geht. Hier kommt man hier rüber. Das heißt, ich kann nicht muss so lange gehen. So leicht. Es gibt nur einen Weg, den wir hier gehen können. Kommt, die gehen wahrscheinlich immer so hier in die Rebellen. Deswegen baue ich hier nochmal was Schönes hin, um sie ein bisschen aufzuhalten, ihre Rebellen. Um sie davon abzuhalten, uns hier noch mehr zu ärgern. Na, da bauen wir ein Schönes hin. Wir bauen ihn hin. Gut, dass wir haben auch wieder die Luftangriffe. Die Entlangen. Ich sage, ist da gar niemand da drüben. Da ist gar niemand. Wo sind die Gegner? Sind das so wenige die Gegner? An den Planeten so zurückgelassen hier? Können wir gar nicht vorstellen. So, die Fehler machen die das eigentlich nicht. Wenn sie alle Einheitenkapazität erreicht. Na gut, umso besser. Mir sollte recht sein. Weniger Probleme für uns. Ah, das gehört den Gegner. Die kommen jetzt wahrscheinlich alle gleich darunter irgendwo. Nehme ich mal an. Okay, wir sind gewappnet auf jeden Fall. Die kommen wahrscheinlich von da runter und von da runter. Erwartete Befehle. Na, rennen sie gleich weg. Was nun? Wenn ihr nehmt, die gehen, die Entdeckung. Ah, jetzt kommt er von zwei Seiten. Das war klar. Das war klar, das war klar. Wir versuchen dann wahrscheinlich wieder von uns in den Rücken zu fallen und hier unseren Kommandopunkt uns wegzunehmen. Oder wir waren gerade eben so schnell. Vielleicht ist auch deswegen, dauert so lange, dass sie kommen. Okay, aber nach oben. Geht mal das Risiko ein, dass sie nicht in der Ecke hocken hier und auch nicht hier rum, nicht so viele darum gelaufen sind, dass die alle hier sind. Das ist aber gar nicht so blöd gewesen, das Risiko hier einzugehen. So, weiter. Weiter zeigt man, wie das man kann hier. Die haben wir hier auch noch problemlos weg. Eigentlich müssen wir da unten auch welche lassen, oder? Damit wir unseren Kommandopunkt verteidigen. Nehmen wir mal eine von den Einheiten zumindest noch hier unten, damit wir sehen, wenn sie angreifen. Und vielleicht zumindest noch ein bisschen verteidigen können. So, da haben wir nochmal ein Fahrzeuggeschütz hin. Als letzte Verteidigung. Damit wir sie zumindest ärgern können, dass sie hier vorbeifahren. Und auf geht's. Weiter nach oben. Was ist denn das hier? Ah, damit können wir die Karte wahrscheinlich aufdecken, oder? Oder wir können es kaputt machen, dann sehen wir uns die Gegner zumindest nicht mehr. Wahrscheinlich hilft uns nur, dass uns die Gegner nicht mehr sehen. Herr Jungs, kämpfen. Los. Jetzt kürzt es zumindest uns. Ah, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Alles schön im Kreis hier. Das Gute ist, wir können hier gleich mal einen Bomberangriff machen. Bestätigt. Und zwar wie Hauptgebäude. Das machen wir doch besonders gern. So, hier gleich mal drauf, äh. Da fliege unsere Bomber vorbei. Aber wenn es hier drauf machen soll, dann sind die Haupt... Äh, egal. Das Hauptgebäude ist weg. Das erste Gebäude haben wir auf jeden Fall in den Boden gerammt. Auch schön, wenn man hier wieder richtig aufdrehen kann. So, falls Sie hier glauben, vorbeilaufen zu können, nicht mit uns. Das ist so viel voraus. Viel zu leicht. Wenn wir Fahrzeugreparatur machen können, werden wir vielleicht ein Fahrzeug mehr gerettet. Das ist gut, die schießen nur auf unsere Leute. So, jetzt sind wir hier mit einnehmen. Sehr weit. Das ist sehr erfreulich. 12 haben wir hier als Unterstützung. 12. Aber gut, wir müssen ja auch immer ein paar zurücklassen, wenn wir neue Planeten einnehmen. Ja, tatsächlich. Drei trauen sich mal rum. Und jetzt hier jetzt gegen diese drei kämpfen. Ich schätze mal, das wird ihr verlieren. Das ist euer Ende. Wie gesagt, diese Panzer mag ich nicht besonders gerne. Von daher sind die für mich eher so, wenn sie kaputt gehen. Die sind auch gleich kaputt, die Panzer. Spätestens, wenn die Dinger kommen, seht ihr, die halten nix aus. Vor allem, wenn sie da so drinnen hängen und nicht die Gegner angreifen müssen sollen. Warum überrollt ihr die nicht einfach, wenn ihr schon die Fähigkeiten habt? Seht ihr? Die können ja was, die Dinger. So ist ja nicht. Oh, wir können gleich wieder hier einsetzen. Ja, die Versuche jetzt zu uns zu umgehender. Ob mal dann teilen wir unsere Armee auf. Wenn ihr hier glaubt, uns entgegenkommen zu können. Euer entgegenkommen ist nicht geschätzt von uns. Sie dürfen diesen Planeten niemals verlassen. Sorry, der Leyen. Du machst das Ding gleich mal kaputt hier. Schön. Das geschützt hat das gar nicht so schlechte Arbeit gemacht da unten. Bombardement verfügbar. Gut, dann hauen wir das gleich an. Die Formation. Hier in die Mitte drauf. Dann dürfte nämlich dieses Geschütz, was daneben anstand auch noch gleich erwischen. Na, wie schaut's hier aus? Gleich kommt die Bombe. Das war gut. Das Gebäude hat's, na, ein bisschen zumindest erwischt. Da können sie aber keine Einheiten bauen. Das ist keins von den richtigen, nervigen Gebäuden. Das sind so die Gebäude hier, auf denen wir aufpassen müssen. Hier steht hier gerade ein bisschen trauriger rum. So, und ihr kümmert euch mal um die hier. Ich mag das nicht so, wenn ich meine Armee aufteilen muss, aber hier geht's leider nicht anders. So. Falls Sie glauben, die können die da anzugreifen. Und meinen die da unten auch noch anzugreifen zu müssen, aber nicht mit uns. Wenn ihr hierher kommt, dann werdet ihr schon fröhlichst erwartet. So. Zwei Einheiten, direkt auf sie drauf. Wir gehen mit euch im Dieter. Und schaut's hier oben aus. Räder macht alle tot. So mag ich das. Mal ein bisschen maximal Wirkungsfeuer. Sparen wir uns noch auf. Nein, ich verteile maximal Wirkungsfeuer. Kommt da drauf. So. Und ist noch eine Konfrontation, aber die dürften wir gewinnen. Auch wenn die anderen sich da gerade ein bisschen verschanzen. Aber das wird ihnen nicht viel helfen. Das ist so krass, wie wenig unsere ATS-T nur noch haben. Aber nicht so schlimm. Die gehen auch so kaputt. Ja, wahnsinnig. Wie die auch rausholen überall noch die Rebellen. Immer wieder faszinieren, was die alles an Einheiten haben. Da kämpft wirklich jeder mit. Damit hier das Imperium besiegt wird. Aber das wird ihnen auch nichts helfen. So, Jungs. Ihr seid so ein bisschen unterbeschäftigt, habe ich das Gefühl. Das sieht jetzt hier aus. So, bauen wir euch noch ein Geschütz dazu. Dann gewinnt ihr auf jeden Fall. Ich glaube, die... Na, schaffen wir es nochmal. So, und da gehen wir gleich da drauf, weil die Dinger müssen wir nicht kaputt machen. Da ist bloß die Gefahr groß, dass wir nochmal Leute verlieren. So, da unten ist immer noch nicht fertig. Ja, jetzt aber gleich, oder? Ja, geht doch. Okay, dann alles, was wir haben. Aber da haben wir noch zwei rausgekommen. Na, dann kümmern wir uns doch noch um die hier. Da müssen wir... Oder? Ja, komm, gehen wir uns noch um die hier. Erwachte Befehle. Bevor die uns noch den Gen-AT-AT hier zerstören, der ja wirklich fast kein Lebensenergie mehr hat. So, jetzt aber die allerletzten würde ich auch noch besiegen. Lass mich nicht im Stich. Kommt ihr her. Unser Bodenarmäe ist in dem Fall echt stark gewesen. Guter Kampf eigentlich. Wenig verloren. Vielleicht zwei Einheiten oder so verloren. Der Gegner wurde besiegt. Und sie wirklich weggepustet. Zum Schluss nochmal mit der Schockwelle. So muss das sein. So mache ich das. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Lord Raider. Bin höchst einverstanden. Wir haben gar keinen verloren. Geil. Kontrolle über den Planeten erreicht. Das gefällt mir gut. Damit machen wir gleich weiter, wenn das hier schon so gut läuft. So, die kommen auch noch gleich mit dem Weltraum. Und damit geht unsere Reise gleich hier weiter. Ah, da müssen wir. So, und zwar geht die Reise gleich hier weiter. Aber ich muss noch kurz was hier bauen auch noch, wenn wir hier schon sind. Raumstation unter anderem zur Verteidigung. Wie viele Plätze gibt es da? Oh, da haben wir... Aufbau beginnt. Aufbau läuft. Wie gesagt, wir kriegen noch viel mehr Gebäude später. Und so natürlich. Aber jetzt gerade eben muss das erst mal hier reichen an Gebäuden. Okay, dann mal Vader. Wie der Imperator befiehlt. Auf in die Schlacht. So, wie schaut es hier aus? Unser Raumstation ist gleich fertig gebaut. Da hatten wir ja schon die maximale Raumstation. Wie schaut es hier aus? Anstruktion abgeschlossen. Auch die maximale. Da hat man gleich überall die maximale. Da haben wir noch keine Raumstation. Da müssen wir uns erst noch drum kümmern. Und da werden wir uns auch gleich drum kümmern. Los geht's. Invasion beginnt. Ja, das sieht nicht gut aus für sie. Das sieht nicht gut aus für sie. Vader nimmt jetzt wirklich einen Planeten nach den anderen hier ein. Wir haben den Gegner gefunden. Oh shit. Ja, was zur Hölle. Wobei, da können wir. Bombard, ah, Bombard Maul noch nicht aufgeladen, gell? Verdammt. Dieser Planet droht den Rebellen in die Hände zu fallen. Er richtet eine Verteidigungsstellung, die sie in ihren Löcher zurücktreibt. Das ist das System. Befehl bestätigt. Wir rücken vor. Weil wir haben jetzt den anderen auch noch los. Na komm, haben wir noch einen von denen raus. Tja. Alter, Alter, Alter. Da jetzt so ein Angriff rein. So ein Bombard Maul. Da wären sie ja alle weg gewesen. Ah. Schade, schade, schade. Schön ist aber, das ist relativ klar, wie wir laufen können. Das heißt, wir können uns nicht so viel... Muss man hier kurz noch ein bisschen schneller machen. Dass hier auch unsere komplette Armee da ist. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.